Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hachala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das wir nur an einem einzigen Tag im Jahr erspielen können. Und zwar handelt es sich um das etwas angekaute Buch der Beleidigungen. Und dieses schicke Toy können wir uns nur am Piratentag erspielen. Und dieser geht genau einen Tag lang und zwar hier vom 19. September 2018 ist es jetzt in dem Fall. Es ist jährlich das Event vom 10 Uhr bis zum nächsten Tag auch um 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob das immer am 18. ist. Schauen wir einfach mal ein Jahr weiter. Das ist am 19. Okay, das ist um eins versetzt, aber auf jeden Fall Mitte September ist dieser Tag immer. Und wenn ihr es verpasst, so wie ich letztes Jahr, dann müsst ihr wie gesagt genau das Jahr warten. Und ich hatte da ja schon mich im einen oder anderen Stream drüber aufgeregt, dass ich Leute gefragt hatte, gibt es was Neues beim Piratentag? Ich habe die Leute vertraut haben, die mir gesagt haben, nein, da gibt es nichts, kannst du da ausloggen, da gibt es nichts. Und dann habe ich das getan und habe mich ein paar Tage später geärgert, dass ich jetzt ein Jahr warten muss. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mein Toy eben gekriegt. Und zwar ist es eigentlich relativ easy. Ihr kriegt es durch zwei Wege. Ihr müsst erstmal zum Kap des Schlingendorntals und dann dort nach Beutebucht auf die Koordinaten 36, 67. Und hier unten gibt es dann Haie, die ihr umboxen könnt. Und zwar nicht diese Haie, sondern wir brauchen so einen hungrigen Haie. Jetzt haben hier gerade alle anderen Spieler die umgeboxen. Normalerweise spawnen die relativ schnell nach. Und diese hungrigen Haie hier hinten haben wir einen. Oder hier ist auch einer. Die droppen zu 0,3% dieses Buch. Oder ihr wartet, bis der Rare Hai auftaucht und der kommt jede halbe Stunde in etwa. Und zwar ist das der Rare Hai Schlitzohr. Der hat 1,2 Millionen Life, ist ein Rare Mob. Und der droppt das zu 56%. Ich habe es beim ersten Kill bekommen. Und ja, wenn ihr da vielleicht Pech habt, dann könnt ihr ja quasi derweil die Haie hier normal töten. Bis Schlitzohr wieder auftaucht und ihn dann unboxen. Und dann habt ihr auch das Ding. Ja, was macht unser schickes Büchlein, was wir jetzt bekommen haben? Und zwar, wenn wir das einsetzen, ruft es allen in der Nähe, ja, dreckige Piratenbeleidigungen zu. Und das würde ich jetzt mal sagen, testen wir mal. Wir setzen es jetzt mal ein. Und ihr seht schon, wir legen hier schon mal los und tun die Leute um uns rum beleidigen. Ist eine ganz nette Sache. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da verschiedene Texte gibt. Oh, das hat relativ lang Abklingzeit. Hier eine halbe Stunde. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr das Ding schon ein bisschen ausgiebig getestet habt. Und wisst, ob man da ein paar mehr Beleidigungen hat. Es ist auf jeden Fall ein toll mehr. Und eine Sache, die ihr nicht verpassen solltet. Denn sonst müsst ihr wie ich ein Jahr warten. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.